Euer Druck ist unser Rückenwind, damit wir da vorankommen, damit wir in Deutschland, in Europa, in der freien Welt einen weiteren Druckmoment nach dem anderen aufbauen können, damit wir mit all dem, was wir können, den Leuten im Iran, allen voran diesen mutigen Frauen noch beistehen können. Dieser Beistand ist unsere Verpflichtung, unsere Aufmerksamkeit ist die Verpflichtung, gerade für diejenigen, die im Gefängnis sitzen, ist diese Aufmerksamkeit manchmal der einzige Schutz. Und deshalb bitte schauen Sie weiterhin auf den Iran, posten Sie, wenn Sie Bilder sehen, posten Sie die Botschaft der Freiheit und des Kampfes der Menschen im Iran. Helfen Sie mit, damit wir dahin kommen, damit Fälle wie die Ermordung von Frauen, die ihr Kopftuch falsch tragen, nie wieder passieren.